Im Januar wurden Conny, 63, und Manuela, 50, zum dritten Mal Großeltern. Die Tochter der beiden Reality-Darsteller, bekannt aus die Raimonds, ein außergewöhnliches Leben, brachte ihr erstes Kind zur Welt. Mit Verkündung der freudigen Botschaft gaben Janina, 31, und Ehemann Komen auch direkt den Namen ihres neugeborenen Sprosses bekannt, Charles William. In der aktuellen Folge der RTL 2 Sendung verraten die stolzen Eltern nun, wie sie auf den Namen kamen. Der Name William kommt von mir und Charles ist ein weiterer Familienname, den wir sehr mögen, erklärt der frisch gebackene Papi und fügt hinzu, wir haben uns monatelang mit möglichen Namen beschäftigt, aber Charles war immer ganz oben auf der Liste. Ich hatte aber auch ein paar andere Namen im Hinterkopf, auch deutschen Namen. Doch Sebastian, Franz oder Fritz hätten die werdende Mama nicht überzeugt. Janinas Meinung dazu ist eindeutig. Furchtbare Namensvorschläge, findet sie. Dass Kult aus Wanderer Conny nun zum dritten Mal einen Enkelsohn bekam, freut ihn ganz besonders. So hatte er in einer früheren Reimann-Folge erklärt, dass Männer seiner Meinung nach mehr mit Jungs anfangen könnten als mit Mädchen. Die Reimanns, ein außergewöhnliches Leben, neue Folgen ab Montag, 25. März 2019, um 20.15 Uhr bei RTL 2. Untertitelung des ZDF für funk, 2017